Seit wenigen Tagen ist eines der am meisten erwarteten Spiele endlich draußen, The Last of Us Part II. Und was kann man sagen, es polarisiert mega. Die allermeisten Kritiker feiern das als ultimatives Meisterwerk ab. Sehr viele Zocker oder zumindest Leute, die Reviewscores gegeben haben, sind aber anderer Meinung und strafen das Ding richtig höllisch ab. Warum das so ist und was wir davon halten, das erfahrt ihr in der heutigen Ausgabe des Mondtalks. Und wenn ich von wir rede, haben wir heute natürlich nicht nur eine interne Besetzung, bestehend aus mir, dem Colin und dem Chris. Guten Tag. Sondern wir haben auch Alper von unseren Kanalfreunden von Cinema Strikes Back. Alper, schön, dass du am Start bist. Schön, dass ich hier sein darf. Und das ergibt natürlich auch totalen Sinn, denn The Last of Us 2 ist eben, ja, kann man schon sagen, im Bereich cineastischer Inszenierung, im Bereich Nähe zum Film, Charakter, Storytelling. Das ist schon sehr nah am Film, hat viele Inspirationen aus diesem Medium. Und deswegen ist es umso spannender, jemanden wie dich, Alper, du bist ja eben auch ein leidenschaftlicher Zocker, arbeitest aber eigentlich im Filmbereich mit deinem Kanal beziehungsweise mit eurem Kanal, hier mal in der Runde zu haben und auch deine Meinung zu Last of Us 2 abzuklopfen. Vielen Dank, auf jeden Fall. Und ganz wichtig dabei ist jetzt gesagt, das Spiel ist jetzt seit ein paar Tagen draußen, je nachdem wann ihr es guckt, vielleicht sogar schon seit Wochen oder Monaten oder Jahren. Herzlich willkommen, ihr seid sehr late to the party. Aber eine Spoilerwarnung sei explizit ausgesprochen, denn wir wollen natürlich auch auf konkrete Vorwürfe eingehen, die mit der Story oder mit Charakteren zu tun haben. Das heißt also, wenn euch das Spiel nicht interessiert, kein Problem, bleibt einfach dran. Wenn ihr das Spiel schon durchgehabt habt, wunderbar, bleibt dabei, diskutiert mit in den Kommentaren, aber bitte höflich. Hier geht's nicht um politische Grundsatzdiskussionen, wie man beispielsweise zu Homosexualität oder so stehen sollte. Darum soll es überhaupt nicht gehen. Und drittens, wenn ihr das Spiel noch spielen wollt, euch aber nicht spoilern lassen wollt, dann würde ich sagen, macht euch ein Vermerk, guckt das Video zum späteren Zeitpunkt oder ladet es runter, das geht ja mit der Funktion jetzt bei YouTube auch. Aber guckt es erst dann, wenn ihr es durchgezockt habt. So, jetzt hab ich auch sehr viel in sehr viel Zeit auch gesagt. Ich würde sagen, wir switchen einmal ganz kurz mit der Höflichkeitsfrage. Alper, du hast es auch durchgespielt. Chris hat den Game-Two-Beitrag gemacht, das ist in der aktuellen Folge. Wir sind alle voll des Lobes, auch die Runde der Redakteure, die da drüber gesprochen haben. Ich klinke mich da vollkommen ein. Wie hast du es empfunden? Wie findest du es? Ich bin im Großen und Ganzen begeistert von dem Spiel. Und es hat, ich sag mal, ohne das in irgendeiner Weise erotisch zu sein, es hat Dinge mit mir gemacht, die ich sonst nur selten erlebe, selten das Glück habe, sie zu fühlen. Ich stimme allerdings auch vielen Kritikern gerade, also von den Nutzern selbst zu. Es gibt Makel im Spiel, Schwächen gerade im Narrativen. Was ich allerdings anders sehe, ist die Gewichtung des Ganzen. Also viele nehmen sich tatsächlich diese Schwächen raus und viele auch Wochen, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist, bevor sie überhaupt was dazu sagen konnten und verzehren das Ganze und gewichten das so, als wäre das ganze Spiel dadurch eine Katastrophe. Und dem stimme ich halt nicht zu. Ich sehe ein, dass das Spiel nicht perfekt ist und ich finde persönlich zum Beispiel auch, dass es nicht ganz so gut ist wie der Vorgänger. Im Großen und Ganzen hat mir das Spiel aber nicht nur große Freude bereitet, sondern mich auch an den Fernseher gefesselt wie kein zweites. Also ich bin auch im Großen und Ganzen da ganz bei euch. Wunderbar. Dann würde ich sagen, hätten wir die Basis mal geklärt. Also wir haben es alle durch. Deswegen, wir können uns gegenseitig hier nichts mehr versauen an dieser Stelle. Chris, ich übergebe mal an dich. Was ist denn so, ich habe es schon eingangs gewählt und Alper hat es gerade auch nochmal gesagt, er wird hart und krass kritisiert teilweise. Was ist denn so ein Teil der Kritik? Was geht den Leuten am meisten auf den Zeiger? Es wird unfassbar viel kritisiert, aber ich möchte noch eine Sache vorher ergänzend sagen, nämlich, du hast es ja schon angesprochen, redet vernünftig miteinander in den Kommentaren, denn ich weiß nicht, woher das kommt, dass jeder seine eigene Meinung für den heiligen Gral hält und keine anderen Meinungen akzeptiert. So, wir wollen hier auch niemanden belehren. Wir wollen ganz einfach nur sagen, wie wir es sehen, wie wir zu der Begründung gekommen sind, die wir in dem Beitrag zum Beispiel gemacht haben. Und jeder, der eine andere Meinung hat, die soll ihm gegönnt sein. Vor allem in Geschmacksfragen. Es muss nicht immer einen Gewinner geben in sowas. Konversation funktioniert, indem der eine sagt, ich sehe das so und der andere sagt, ich sehe das so. Okay, kann man vielleicht was voneinander lernen und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ist auch okay. Es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen ich sehe das so und es ist so, meistens gefolgt von einem du Vollidiot. Lieber Chris und Damen, herzlich willkommen zu deinem ersten Tag im Internet. Ja, genau. Nein, du hast vollkommen recht. Ich muss sagen, wir wollen niemanden belehren oder ihm seine Meinung rauben. Wir sagen einfach nur, warum wir es so sehen, wie wir es sehen. Ganz einfach. Du hast vollkommen recht. Wahre, weise Worte. Jetzt aber gefolgt von Kritik, die geäußert wird. Möchtest du vielleicht erst mal mich noch mal aufklären, was die Punktzahlen waren im Internet? Also ich weiß, dass die Kritiker das extrem gefeiert haben. Ein sehr guter Hinweis. Guck mal, da merkt man, wir arbeiten hier mit Profis. Aktuell, zum Zeitpunkt der Aufzeichnung, das ist Montag, der 22.06. um 13.31 Uhr, so transparent sind wir, hat das Spiel einen Metascore von 95 aus Kritikersicht und Userscore von 3,9. Das heißt, es ist inzwischen sogar wieder gestiegen. Es war mal bei 3,4, glaube ich. Von 10, ne? Also das ist wirklich so schlecht. Vor allem der Userscore von 3,9 generiert sich aus 49.924 Ratings. Das ist eine ganze Menge. Ja. Vor allem dieses Phänomen, das ist ja auch nicht neu. Habt ihr aber auf dem Zettel, wie der Metascore beim ersten Teil war? Nee, aber das können wir doch ... Aber auch bestimmt über 90, ne? Ich hab's irgendwie auch mitbekommen, dass es sämtliche Verkaufsrekorde gebrochen hat, soweit ich weiß. Also der gesamte Hate hat auf jeden Fall scheinbar den Verkäufen nicht geschadet. Ich hab jetzt hier mal The Last of Us 1 in der Remastered-Version wohlgemerkt aufgemacht. Das hat auch einen Metascore von 95 aus Kritikersicht und Userscore 9,1. Ja, da muss man natürlich sagen, erst mal ein bisschen Verständnis ist bei sowas immer da, weil damals The Last of Us 1 war brandneu. Das war unbestelltes Feld. Das hat noch die Doktor mitgemacht. Etwas anderes gemacht als mit Uncharted. Gut, die Kernformel, warum wir jetzt nicht überreden, war vielleicht teilweise vergleichbar. Aber natürlich von den Charakteren, von der Welt, von den Figuren haben sie da was ganz Neues geschaffen. Es ist eine ganz, ganz große Herzensangelegenheit für viele. Für viele bei uns auch im Team zum Beispiel. Alper, du hast es ja gerade auch gesagt, dir hat es besser gefallen, der erste als der zweite. Und dann bist du natürlich in der Situation, dass du mit einer Fortsetzung, huiuiui, da ist irgendwie grundsätzlich klar, dass man Leute enttäuschen wird, andere vielleicht begeistern. Aber es ist nicht mehr ganz so einfach. Die Erwartungen sind klar definiert. Und gerade wenn es um so Story-driven-Spiele geht, dann ist man eben auch schnell mit der Kritik da. Und ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen. Denn auch am Freitag, da war ja der offizielle Release. Und jetzt lassen wir mal Zeitverschiebungen, was Australien ist vor Deutschland und so weiter und so fort, oder Amerika angeht, mal außen vor. Man hatte den Eindruck, dass extrem viele Leute in extrem kurzer Zeit das Spiel gezockt haben, was ja mich ungefähr 30 Stunden gekostet hat. Und dann auch noch die Zeit hatten, ein Review zu schreiben. Und das alles in so kurzer Zeit, wo ich dachte, Hut ab. Da wart ihr aber schnell dabei, um dann euer Review zu geben. Ja, da schwingt natürlich jetzt ein Hauch von Skepsis mit. Genau, was auch ein Punkt ist, nämlich, es ist im Vorfeld enorm viel geleakt worden. Auch sehr, sehr relevante Plotpoints, auf die wir nachher noch zu sprechen kommen. Und viele Leute waren schon zu dem Zeitpunkt, wo die geleakt sind, so dermaßen anti, dass man halt merkt, so ja gut, die haben dem Spiel einfach keine Chance gegeben. Wir wollen jetzt nicht alle, die das Spiel kritisieren, über einen Kamm scheren, weil darüber regen sich auch viele auf. Viele, da merkt man auch, die haben ein bisschen fundiertere Kritik und auf die gehen wir auch gleich ein. Ja, würde ich sagen, machen wir das so einfach mal. Soll ich mal loslegen? Hau raus! Gut. Sehr hart kritisiert wird die Story. Was bei so einem Spiel natürlich eklatant ist, weil das Spiel lebt von seiner Story. Und einer der größten Punkte, die kritisiert werden, ist der Moment, in dem Joel zu Tode geprügelt wird, von einer neuen Figur namens Abby mit einem Baseballschläger, wollte ich schon wieder sagen, aber es ist ein Golfschläger. Ich ordne das mal kurz ein, weil das ist für, um zu sagen, wie ich das sehe, ist es sehr wichtig, dass man das mal einmal herleitet. Also, Ellie und Joel leben in Jackson. Das ist eine Stadt, die so funktioniert, dass sie immer mal wieder neue Leute aufnehmen, die im Umfeld dieser Stadt herumstreunern, vielleicht verloren sind und so wächst und gedeiht diese Stadt. Ein Teil deren Alltag ist halt, dass sie auf Patrouille gehen, um das direkte Umfeld dieser Stadt zu sichern. Was passiert? Man spielt Ellie und Dina, die auf Patrouille sind und irgendwann kommt auch eine neue Figur. Jesse sagt, Joel und Tommy, sein Bruder, sind nicht wiedergekommen. Sie ziehen also los und suchen die. Was ist passiert? Joel und Tommy haben auf ihrer Patrouille die Abby getroffen, die gerade richtig hart im Problem war. Sie wird nämlich von einer infizierten Horde verfolgt und haben ihr das Leben gerettet. Weil sie aber nicht es schaffen konnten, nach Jackson zurückzukehren, sagt Abby, ey, wir haben unsere Lage hier in der Nähe, dann können wir auch dahin reiten. Das machen sie also. Und so entstrickt es sich, dass Joel und Tommy sich deren quasi offenbaren und sagen, wer sie sind. Und weil Abby halt die Figur ist, die die Tochter von dem Arzt ist, der von Joel getötet wurde, als er am Ende des ersten Teils quasi Ellie gerettet hat, will Abby Rache nehmen und prügelt ihn zu Tode. Ellie kommt dahin und wird ja auch nicht gefoltert, aber sie wird K.O. geschlagen. So, das ist mal einmal die Plotline. Viele Leute kritisieren daran jetzt, dass es absolut nicht nachvollziehbar ist, dass Joel und Tommy sich denen so schnell offenbaren, sagen, wer sie sind. Denn im ersten Teil waren sie extrem vorsichtige Figuren. Das ist das, was enorm hart kritisiert wird. Jetzt möchte ich mal direkt dazu meine Wahrnehmung nehmen, wie ich das sehe. Ich finde das nämlich sehr wohl nachvollziehbar, weil man muss sich das so vorstellen, zwischen Teil 1 und Teil 2 liegen vier Jahre. In diesen vier Jahren ist Jackson die Stadt gewachsen, indem sie immer mal wieder Fremde aufgenommen haben. Und das kann man zum Beispiel daran sehen, dass wenn man in einer Szene, in der man Ellie spielt, quasi so Lockbücher sich anguckt, wo die notieren, was auf den Patrouillen passiert ist. Da steht zum Beispiel, ich bin Fußspuren gefolgt, habe zwei Fremde getroffen, einer war verletzt, habe sie zur medizinischen Versorgung nach Jackson gebracht. Das scheint also quasi Usus zu sein. Und es scheint vier Jahre lang auch immer gut geklappt zu haben. Es scheint nichts schiefgegangen zu sein. Das heißt, es ist für mich nicht so verkehrt, wenn man quasi den Gedanken fasst und sagt, ja, die sind einfach ein bisschen unvorsichtig gewesen, weil vier Jahre lang ist halt nichts passiert. Da sind sie vielleicht ein bisschen weich geworden. Und jetzt können natürlich Leute kommen, ja, das ist doch so eine harte Welt. Wie kann das denn sein, dass da vier Jahre nichts passiert? Das war eh so ein Punkt bei jedem Zombie-Apokalypsen-Film, wo ich mir denke, warum geht denn auf einmal jeder Riot? Es kann doch durchaus sein, dass es auch Leute gibt, die sagen, ey, nee, ich bin ganz froh, wenn ich hier mal vielleicht in so eine große Stadt komme und in Sicherheit bin. Also das finde ich auch nicht falsch. Und man muss da auch sehen, das Mindset, in dem Joel und Tommy sich gerade befinden. Sie haben eine fremde Person getroffen. Sie haben ihr das Leben gerettet, sind gerade noch dem Tod entkommen. Sie sind also unfassbar erleichtert, dass sie es überhaupt geschafft haben. Und sich dann quasi mal kurz zurückzulehnen, so nach dem Motto, ey, wir haben die gerade das Leben gerettet. Also die wird wohl dankbar sein, um zu sagen, ey, ich bin der und der. Das ist für mich persönlich nicht so weit hergeholt. So, mein Pamphlet dazu. Und wenn ich da kurz noch ergänzend, Alper, sorry, falls du schon in den Startlöchern selber saßest gerade. Ich möchte dazu wirklich nur noch ergänzend sagen. Ja, erst mal, es blieb überhaupt gar keine Zeit, in dieser Situation nachzudenken. Abby wurde aus größter Not gerettet. Da hätte man grundsätzlich als Joel die Entscheidung treffen können, wir lassen diese Person, die wir nicht kennen, verrecken. Oder wir machen es nicht. Er hat sich Joel-esk dafür entschieden, sie zu retten. Vollkommen nachvollziehbar. Und ab dem Moment, wo man sich sozusagen mit knapper Not auch über den Zaun rettet, bleibt das Ganze ja für mich noch konsistent. Die sind da plötzlich in der Unterzahl, zu zweit, mit vielen Leuten, die sie nicht kennen. Aus den genannten Gründen, die du gerade gesagt hast, muss man nicht sofort davon ausgehen, dass die böse sind. Aber du spürst die ganze Zeit, wie die gucken, wie die alle rumlaufen, wie die so ein bisschen umringt werden und sonst was. Dass die beide sehr wohl eine Vorsicht da schon walten lassen und gucken, was passiert denn hier gerade? Wer sind diese Menschen? Wir müssen vielleicht ein bisschen auf der Hut sein. Dass man sich da nicht sofort outet und wie in jedem schlechten Sonstwas-Film sagt, wir ziehen jetzt All Guns Blazing hier raus und ballern die einfach mal weg. Das würde A, nicht zu den Figuren passen und B, gibt es auch keinen Anlass. Und dann geht die ganze Sache ja so schnell, da bleibt gar keine Zeit für ein Gespräch. Das kommt so überraschend und zack, 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 das Ding ist dann einfach fertig. Und das finde ich vollkommen nachvollziehbar. Und auch noch mal, um diese vermeintliche Sicherheit von Jackson und so noch mal zu untermauern, das liest du ja auch in diesen ganzen Notizbüchern, die man da findet, in diesen Logbüchern. Den ist da anscheinend wochenlang kein Infizierter begegnet. Und dann schreibt mal wieder jemand, jo, hab mal wieder jemand weggeballert. Aber warum müssen wir das überhaupt so strikt führen? Interessiert doch sowieso kein Schwein. Also dieses Grundsetup fand ich vollkommen nachvollziehbar. Und das möchte ich noch kurz ergänzen. Vielleicht können wir die Szene, dann brauchen wir gar nicht so in die Tiefe weiter gehen. Sorry, Alper. Ist, Ellie wurde ja auch kritisiert für ihr Verhalten. Dass sie nicht einfach außen steht und vielleicht erst mal in aller Ruhe scoutet und erst mal genau guckt, was ist denn da gerade los. Leute, das ist ihre Vaterfigur. Die ist selber eine kampferprobte Sau. Die hat Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Hat sie im ersten Teil, hat sie die quälend und in Blut und Schweiß und Tränen erworben. Hat vier Jahre weiterhin überlebt. Dann ihr Ziehvater schreit verschmerzt. Da würde man sich vielleicht überlegen, ah, gebe ich mir jetzt noch eine halbe Stunde Zeit und gucke erst mal, was da los ist. Oder bin ich da vielleicht ein bisschen übermütig, habe Angst um meine liebste Person sozusagen und stürme da einfach rein. Das hat sie gemacht. Da kann man sagen, das ist dumm und das ist unlogisch. Aber diese Art von Verhalten kannst du wahrscheinlich in jedem Buch, in jedem Film überall immer wieder bemängeln. Und für mich, was sie trotzdem, so wie die Figuren angelegt haben, waren in diesem Falle nachvollziehbar. Vielleicht nicht smart, aber nachvollziehbar. War es unvorsichtig? Vielleicht. Ist es unrealistisch oder schlecht geschrieben? Deswegen, ich finde nicht. Ich finde es durchaus nachvollziehbar. Was ist mit Ellie? Wieso haben sie Ellie leben lassen? Und waren nicht auch Jessie dabei? Ich glaube schon, ja. Ja, das ergibt doch ... Wolltest du das eine Frage oder wolltest du das beantworten? Das war eine Frage. Auch das wird doch total ... Also, ich glaube, das ist so der Magic Moment, den ganz viele hatten. Das ist so ein klassischer Fall von ... Wie dumm sind die denn? Warum bringt sie doch alle auf einmal um? Und genau so habe ich da auch gesetzt. Ich habe gedacht, Moment, die schlagen dem gerade, ohne zu wissen, warum den Schädel blutig zu klump. Du siehst sogar noch, wie einige wollen gleich reinen Tisch machen, die anderen sind dagegen. Figuren, die du nicht kennst. Das geht ja alles so sehr, 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 sehr schnell. Und am Schluss werden sie am Leben gelassen. Und da sage ich, ja, da saß ich genauso. Da habe ich gedacht, das ist ja wohl das schlampigste Drehbuch. Aber das ergibt auch im weiteren Lauf doch einen totalen Sinn. Wir erkennen ja schon in dieser Wolfsgruppe, also in dieser Szene, dass es Menschen gibt, dass es da böse Menschen gibt, in Anführungsstrichen, oder Leute, die sehr der Gewalt zugetan sind oder übervorsichtig, wie auch immer, dass es relativierende Menschen gibt. Den Owen zum Beispiel. Alles, was den Owen ausmacht, in den Rückblicken und in dem weiteren, ist da ja schon angelegt. Der ist derjenige, der zurückhält. Weil er anscheinend, das sehen wir hinterher ja auch in tausend Rückblicken, und da, wie er am Schluss sozusagen auch versucht, ein alternatives Leben aufzustellen, der halt sagt, ich will diesen Pfad irgendwie verlassen. Ich will so etwas wie Normalität haben. Und dafür muss ich mich von der Gruppe zurückziehen. Und weil eben Abby genauso angelegt ist, von vornherein ist sie ja kein böser Mensch. Wir lernen sie als kleines Mädchen eines Arztes kennen, die durch einen Schockmoment, nämlich ihr Vater wird, mehr oder nicht vor ihren Augen, aber kurz davor umgebracht, quasi zu einem harten Girl wird. Aber dass immer noch sozusagen dieses, eine normale, ein normales Mädchen, ein normaler Mensch in ihr ist, genauso wie die Kampfsau, zu der sie sich dann entwickelt und mit diesem Widerspruch sie ja auch im Laufe des Spiels immer wieder zu kämpfen hat, die aber nicht eben losziehen, um zu sagen, wir bringen jetzt alle Leute um. Sondern wir bringen gezielt, das ist eine gezielte Racheaktion für den Mensch, der A, mich persönlich um meinen liebsten Menschen, meinen Vater gebracht hat, und B, vermutlich die gesamte Menschheit, um ein Heilmittel. Und da geht es nur darum, diese Person dafür zur Rechenschaft zu ziehen und nicht zu sagen, wir machen das große Massiker. Wäre vielleicht smart gewesen, aber im Verlauf des Spiels, finde ich, wird das alles nachvollziehbar erklärt. Genau das ist es. Für mich. Für mich ist es nämlich, der Tod von Joel hat sich für mich ganz organisch und ganz natürlich aus dem ersten Teil heraus entwickelt. Und deswegen konnte ich dieses gesamte Spiel so akzeptieren. Joel hat nun mal der gesamten Menschheit den Rücken zugekehrt. Und dadurch war für mich diese Racheaktion, auch wenn es nicht unbedingt die Tochter von dem Chirurg gewesen wäre, von dem Mediziner, war es für mich klar, ganz logisch, dass es irgendwann passieren wird. Diese eine Szene schließe ich ein unter den Aspekten, die ich persönlich tatsächlich auch eher als Schwäche wahrgenommen habe. Nämlich, ich glaube, dass es viel mehr Menschen besser verstanden hätten, wenn man vorher beispielsweise noch einen Moment eingebaut hätte, der gezeigt hätte, was in diesen vier Jahren, dass sich da so eine, dass sich auch die gesamte Gesellschaft ein bisschen verändert hat, dass das alles ein bisschen, dass auch Joel und Tommy viel ruhiger wurden und so weiter. So einen Moment hätte das irgendwie vielleicht ein bisschen klarer gemacht. Jetzt, wo ich das alles gesagt habe, war es trotzdem für mich so, dass es diese eine Szene war und direkt danach ging es für mich stundenlang im Spielehimmel weiter. Also das meine ich damit. Dieser eine Moment wird vielleicht sogar zu einem Stück weit auch meiner Meinung nach zurecht kritisiert, aber es wird so aufgebaut, also so zu diesem riesen Ding gemacht und das kann ich halt nicht so ganz nachvollziehen. Also ich fand die Szene selber auch richtig schlimm. Es ist nicht so, dass ich da jubelnd vom Sessel hochgesprungen bin und das geil fand, aber in so vielen Filmen wird doch immer wieder gesagt, ach warum spannt denn jetzt der Bösewicht hier James Bond wieder auf die Falle, damit er sich noch befreien kann. Nein, Abby handelt ganz einfach so wie man handeln würde. Sie sieht ihre Chance und macht es. Es gibt nun mal für Joel keine Plot-Amor. Man kann also sagen, ich finde es schade, dass sie mir meinen liebsten Charakter geklaut hat, aber man kann meiner Meinung nach deswegen nicht sagen, wie es ist, schlecht geschrieben ist, sondern man kann die Tatsache schlimm und traurig und man kann sagen, mir persönlich gefällt es nicht, ich möchte Joel haben, aber für mich hat er natürlich auch Naughty Dog die Hoheit, mit ihren Figuren zu machen, was sie will und ich finde es sogar mutig. Ich finde es sehr, sehr mutig, das zu machen. Ich hatte genau aber in der Szene dann auch die Befürchtung beziehungsweise den Gedanken, okay, wenn es sich jetzt wirklich nur auf diesen einen Aspekt der Rache beschränkt, wenn es nicht mehr ist, dann wäre das ganz schön dürftig, aber ich persönlich bin halt der Meinung und das ist eigentlich, weil sagen wir es mal so, Naughty Dog hat dann zum Glück das Händchen dafür bewiesen beziehungsweise Neil Druckmann und Halle Gross, die das geschrieben haben, dass daraus viel mehr zu machen, also nicht nur über die gesamte Natur der Rache, sondern auch über diese Welt so viel mehr zu erzählen und auch über diese ganzen neuen Fraktionen, diese ganzen neuen Geschichten da einzubauen, die mich persönlich allesamt mitgenommen haben, denn plötzlich spielen auch so Themen wie religiöser Fanatismus und ja, auch ein Stück weit Homophobie und so weiter alles eine Rolle und das finde ich, hat dem Spiel sehr gut getan und das sind auch Themen, die von vielen anderen Spielen eben nicht abgedeckt werden und ich bin bei dem ganzen Shitstorm, der gerade kommt und man muss ja auch dazu sagen, dass bei all der berechtigten Kritik, die im Internet vielleicht irgendwie oder bei all der, sagen wir mal, bei all der nüchtern geäußerten Kritik halt auch sehr, sehr viele dabei sind, die schlichtweg homophob sind und ich finde, da hört es halt dann auch wirklich auf und das ist dann halt auch so eine Ebene, auf der ich persönlich dann eben nicht mehr diskutieren möchte. Weiß nicht, wie das bei euch ist. Nee, ich sehe es genauso. Aber das ist, glaube ich, sorry, das ist, glaube ich, auch genau das, das geht in die gleiche Richtung wie die Tatsache, dass man Joel sterben lässt. Wenn man selber aus sich heraus sagt, ich liebe diesen Charakter so sehr, ich will nicht, dass er stirbt, dann ist das ja ein legitimer Punkt, das alles auch scheiße und blöd und enttäuscht zu finden. Finde ich vollkommen nachvollziehbar. Ich finde es, trotzdem muss man genau ähnlich wie bei der Tatsache jetzt da Homophobie oder irgendwie sowas beziehungsweise diese gleichgeschlechtliche Beziehung oder was auch alles an Gerüchten auch über Abby, sie sei transsexuell und bla bla bla, unabhängig davon, ob das jetzt gut, schlecht, wichtig oder irrelevant ist, dass man immer wieder bei dieser Kritik und dass du hörst ganz schnell raus, wer es geistig Kind ist. Es ist eine Geschichte zu sagen, ich will nicht, dass er stirbt, deswegen finde ich es doof. Aber daraus dann zu machen, das Spiel ist schlecht, genau wie du es gesagt hast, Chris, das Spiel ist totaler Dreck, weil die Entwickler meinen liebsten Charakter sterben lassen und das ist eine valide Meinung, die ich jetzt versuche irgendwie zusammenzukleistern. Nee, beschränke dich drauf, du bist einfach enttäuscht und traurig, kann ich nachvollziehen. Und das geht in eine ähnliche Richtung natürlich, wenn man selber sagt, mein Mindset ist, ich kann das nicht akzeptieren, gleichgeschlechtliche Liebe. Und deswegen unterstelle ich jetzt auch den Machern da eine Agenda, weil das ja alles aus einem ganz bestimmten politischen Lager und gesamtgesellschaftlich inszeniert ist dieses Spiel, wo das aus jeder Pore tropft, dass wir hier irgendwie einen politischen, wie auch immer gearteten Auftrag verlieren. Das ist völliger Quatsch, kleister das nicht zu. Wenn du damit ein Problem hast, ist es nicht okay, es ist schade, dass du es hast, weil das sehr rückständig und kleingeistig ist, wo ich immer denke, was hast du eigentlich persönlich, das kann dir doch scheißegal sein. Aber in der Figur, sorry, in dem Spiel ergibt auch das alles einen Sinn, ist nachvollziehbar und es wird ja überhaupt nicht in your face gedrückt. Es wurde im ersten Teil auch schon angedeutet. Also es ist ja auch nicht so, dass das beispielsweise Ellie homosexuell ist. Es kommt ja nicht aus dem Nichts auch. Das ist ja auch nochmal so ein Aspekt des Ganzen, nochmal so obendrauf. Und ich finde auch, was die Geschichte macht, nämlich diese geliebte Figur Joel zu töten und dann nicht nur zu sagen, okay, wir haben jetzt den perfekten Bösewicht und wir haben die perfekte Rache-Geschichte. Nein, eben den Spieß umzudrehen und zu sagen, ja, die Person, die ihn getötet hat, die spielst du jetzt und du versuchst, dich in sie hineinzubegeben. Wenn man sich darauf einlässt, auf dieses sehr verrückte mentale Experiment, dann finde ich, hat man, dann ist das, das war für mich die Genialität dieser Handlung auch irgendwo. Weil es eben etwas gemacht hat, was man sonst nicht kennt aus Videospielen. Das ist auch sehr, sehr gut, denn das ist auch direkt der zweite große Punkt. Ich möchte noch eine Sache, um das abzuschließen, zu der Joel-Todes-Szene sagen. Wir werden nachher noch darauf eingehen, dass in Trailern suggeriert wird, dass er eine größere Rolle im Spiel einnimmt. Wir wollen uns jetzt erstmal ums Inhaltliche kümmern, wie es im Spiel ist und dann gehen wir nachher so ein bisschen auf das ein, was drumherum passiert. Nur, dass ihr jetzt nicht denkt, dass wir das komplett außer Acht lassen. So. Gut, du hast gerade schon Punkt zwei angesprochen und zwar finden es ganz viele Leute enorm grausam, dass wir dazu gezwungen werden, Abby als die Person, die Joel getötet hat, zu spielen und wie sie dann auch noch mögen sollen. Das finden Leute grauenhaft. Ich find's so witzig, weil das für mich mit die größte Stärke des gesamten Spiels ist. Für mich ist es der Kern des Spiels, weil das ganze Spiel dreht sich darum, um eine Gewaltspirale. Gewalt erzeugt nur Gegengewalt und du hast da absolut nichts von. Das Spiel sagt quasi, was Personen als Gerechtigkeit empfinden, ist eine Frage der Perspektive und ich finde dieses Spiel zeichnen das sehr, sehr gut und diese Gewaltspirale aus Gewalt und Gegengewalt, die mündet im Ende für mich in einem wunderschönen Bild, nämlich, was hat Ellie davon, dass sie ein zweites Mal losgezogen ist, wir kommen gleich noch mal genau aufs Ende zu sprechen, um Abby endgültig umzubringen. Abby hat ihr zwei Finger abgebissen und sie sitzt dann da und will Gitarre spielen. Das ist quasi das größte Vermächtnis, was sie von Joel hat. Ohne das Kind und Dina. Das ist das Einzige, was ihr von Joel geblieben ist und sie kann es nicht mehr und daran ist im Endeffekt nicht Abby schuld, daran ist sie selbst schuld, weil sie nochmal losgezogen ist und diese Gewaltspirale nicht durchbrochen hat. Und das finde ich tatsächlich sehr, sehr gut gezeichnet. Und das finde ich vor allem, um das nochmal aus einem Vergleichskontext von wie Spiele sonst so arbeiten zu bringen, das hat für mich neben der, ich unterschreibe alles, was ihr gesagt habt, wie das ganze Spiel inszeniert ist, also von den Perspektivwechsel, die Zeitebenen, die Rückblicke, die Orte und Menschen, die man immer wieder trifft aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich finde genau das ist für ein Spiel, was eben keine Graphic Novel oder, also was sagt, ich bin eigentlich ein Actionspiel, das finde ich so unglaublich gut gemacht. Das ist für mich so eine unfassbare Stärke und bringt das Thema so Storytelling in Action Games für mich auch so viel weiter, weil es wirklich, man macht sich, während man spielt, genau diese beiläufigen Gedanken, die Leute, die ich da eben noch alle abgeschossen habe, da komme ich einen Tag vorher mit der anderen Figur rein, oh, jetzt tun die mir plötzlich vielleicht ein bisschen leid, die sind ja ganz normal, die sind ja gar nicht so böse, eben waren sie meine Gegner, jetzt sind es meine Verbündeten oder waren meine Verbündeten, gib mir gleich so ein Kloß im Hals und natürlich, niemand sagt dir, du sollst dich verbrüdern mit Abby, du kannst ja auch einfach sagen, ich hasse sie, weil ich einfach nicht damit klarkomme, weil ich so Team Ellie bin beispielsweise, aber das passiert ja schleichend. Du hast teilweise Abby zu spielen und ich finde auch, ich muss auch das zu sagen, ja, ja, also nicht, ich weiß, was du meinst, im Sinne von, ich fand es scheiße, sondern ich habe mich innerlich, wollte ich, dass Ellie gewinnt, aber ich möchte noch einmal dazu sagen, um bei dir anzuschließen, man muss das nicht gut finden, was die beiden machen, diese Hassspirale und Gewaltspirale ist schlimm und ich finde auch, dass beide super egoistisch handeln, sie haben Scheuklappen auf, die sehen nichts mehr außer ihr Ziel, muss man das gut finden? Nein, überhaupt nicht, finde ich, dass es schlecht geschrieben ist, nein. Und genau da bin, setze ich jetzt sogar mal an, es war genau das, ich habe es gehasst, wie ihr wahrscheinlich auch, ich habe es gehasst, als Abby in dem Theater ist und dann hinter Ellie her schleicht, ja? Also, ich habe es auch gehasst, wie jeder von uns, aber warum hasst man es? Weil man einerseits diesen Charakter Ellie, in jedem Spiel kennen wir das, das ist die Protagonistin, das ist der Held, der passiert entweder nichts oder der passiert alles oder wie auch immer, was geht da weiter als Tomb Raider, wenn es darum geht, wie sehr man mit, Empathie für Ellie und ihr Schicksal im Gegensatz zu Lara Croft oder so empfindet, klar, das ist alles geschenkt und du hast es, dass du dazu gezwungen wirst, weil du natürlich vorher, aber du hast auch natürlich ein gewisses Verständnis dafür, weil du mit Abby halt viel, viel erlebt hast und du hast erlebt, wie mit einer, wo du vorher vielleicht noch selber gesagt hast, mit welcher Beiläufigkeit ballert die denn einfach Jessie weg und dann zwischst du die Seite und sagst plötzlich, boah, mit welcher Beiläufigkeit einfach der Owen ihre heimliche Liebe umgebracht wurde und die schwangere Freundin von ihm, das passiert alles mit der gleichen Beiläufigkeit und natürlich, wenn man versucht, sich in diesen Charakter hineinzuversetzen, versteht man plötzlich alles klar, ich hab nur noch das Ziel, diese widerliche Schlachtmeisterin umzubringen, deren Plan ich vorher gesehen habe, wo sie wann hingehen will, um die Leute systematisch umzubringen, wo man halt nur noch dachte, das wäre ein Typ oder wie auch immer und das, jetzt komm ich noch zu dem Punkt, ich weiß nicht, wann ihr das hattet, aber bei mir war irgendwann nämlich wirklich der Punkt erreicht und das Spiel lässt dich ja nicht los, das Spiel gibt dir nicht, du kannst natürlich sagen, ich hör jetzt auf zu zocken, aber bei mir war davor schon der Punkt erreicht, wo ich dachte, ich will nicht mehr, ich will jetzt als Spieler aus dieser scheiß Gewaltspirale raus, ich will jetzt einfach, dass die sich, unglaubwürdig natürlich die Hand reichen und sagen, oh, wir haben Verständnis füreinander und gehen unserer Wege, ich will das alles nicht, ich will nicht, dass Ellie noch mal loszieht, ich kann es nicht mehr ertragen, diese ewige, vor allem bei der Abby natürlich komplett in der Opferrolle, genau, und das ist, das macht das, man muss sie nicht mögen, aber so ist das halt mit spannenden Figuren, die sind halt ambivalent und nur weil man sagt, das ist nicht mehr meine Ellie oder, ach, ich weiß es nicht, ich kann es gar nicht besser fassen, aber ich finde, das ist so gut, weil es dich eben als Aktivhandelnden in Sachen reinzwängt, in die dich andere Spiele nicht zwängen und ich finde das super stark, aber um noch mal eine etwas kritischere Seite anzuschlagen, äh, oi oi oi, ich finde nämlich genau den, den, den Punkt, den du da genannt hast, Colin, das war auch für mich ein Zeitpunkt, an dem das Spiel wieder bei mir komplett so auf genial geschwungen ist, ich muss allerdings dazu sagen, dass ich davor mehrere Male gedacht habe, okay, ich bin gar nicht mehr so weit weg vom Ende, ich finde nämlich schon, dass zum Beispiel der Teil von Abby sich hin und wieder ein bisschen zieht, da gab es so ein paar Twists und Wendungen, die einfach zu viel waren. Ich fand die nicht unbedingt notwendig. Aber ansonsten bin ich da auch komplett bei dir. Und ich hab auch einfach gemerkt, dadurch, dass eben auch die Handlung sich so lang abspielt, ich hab mich komplett in die Figur Dina verliebt. Und ich hab das, ähm, ich hätte das gar nicht so für möglich gehalten. Ich fand auch ein absolut genialer Moment in der Handlung, der das, die, ähm, der dieses Spiel auch von anderen Spielen abhebt, ist, als sie im Schneesturm sind. Und, ähm, Ellie reitet und Dina vorreitet und dann plötzlich weg ist und man sie sucht. Und eigentlich denkt man, und das wäre auch klassisch für eine klassisch erzählte Videospielgeschichte, dass sich dann da die nächste Katastrophe abspielt. Aber nein, sie findet Dina wieder. Und Dina ist dann mitten in diesem Schneesturm im Nirgendwo halt die Rettung. Und ich glaub, das war auch so der, das war für mich so ein ganz, ganz, ganz magischer Moment. Auf jeden Fall. Ah ja. Ja, absolut. Aber das ist, finde ich, das macht das Spiel auch wirklich geil, weil, äh, das, das, das macht, Ja, genau. Diese Momente und auch überhaupt diese, die Figuren, äh, wo ja extrem viele, viele Schichten von, von, von Tiefe oder was du da selber vielleicht auch einfach nur, ähm, rein interpretierst, weil es gar nicht so in your face gesagt wird. Es ist ja in den seltensten Fällen mal, und wie das einfach in guten Serien oder Filmen heutzutage auch der Fall ist, dass die Leute knallhart irgendwie was sagen, wonach man sagt, du bist ein Vollidiot oder du bist der beste Mensch der Welt. Auch in dieser Beziehung nicht. Da gibt's nicht diese, die ganzen Klischee fallen, die werden fast, finde ich, für alle vermieden. Auch so diese Figur Owen zum Beispiel, da wird so viel angedeutet über ihn, wo er herkommt und wie er sich entwickelt hat und was er eigentlich will, ohne dass so ganz viel gesagt wird. So viel passiert einfach so dazwischen, in dem, was man da so beiläufig mitbekommt. Und das finde ich, das macht so gute Charaktere einfach aus, dass sie denen auch ganz viel Luft zum Atmen geben und nicht dieses, der ist jetzt plötzlich der Jesus, der da ausbricht und denkt, oh. Du sprichst ja über eine riesige Kunst, das Dialogschreiben. Also wenn man sich irgendwie ein bisschen weiterbilden möchte, was Dialogschreiben angeht in Film und Serie, dann ist auch somit das Erste, was man sofort lernt, ist in dem Moment, in dem eine Figur das sagt, was sie denkt und was sie meint und was sie möchte, dann hat der Dialog schon versagt. Weil das eben nur so funktioniert, wenn ein Dialog mehrschichtig ist und Figuren eben auch über Dinge sprechen, die für was anderes stehen. Ab da wird's eben interessant, sobald man zwischen den Zeilen lesen kann, sobald es den doppelten Boden gibt. Das fand ich zum Beispiel auch geil bei, am Schluss nochmal, Chris hat uns glaube ich gerade verlassen, aber da kommt bestimmt gleich wieder rein. Am Schluss die Stelle, wo einfach Elli von ihrer Vergangenheit nicht los kann. Sie ist mit Dina im Haus und könnte sich jetzt für das schöne Leben entschieden, aber es geht nicht. Sie zieht nochmal los. Das Letzte, was sie glaube ich sagt zu Dina, die sagt, ich mach den Scheiß nicht nochmal mit unter Tränen, ist nicht sowas wie dann fick dich um negative oder dann gehe ich oder ich verspreche, ich komme zurück, also irgendwas, was so im Film vielleicht oder im Buch, sondern sie sagt einfach, das was Dina auch nicht hören will und was man als Zuschauer vielleicht auch nicht hören will, weil das wie so ein Ist, wir machen schon mal Schluss oder wir wissen es nicht genau, die Entscheidung liegt bei dir. Sagt Elli zurück zu Dina. Das wäre so total unbefriedigend. Du denkst selbst, ey, wenn du jetzt durch diese Tür gehst, dann kann ich nicht auf dich warten, das geht nicht. Jetzt erwarte ich von dir, dass du wieder einen Schritt auf mich zurückkommst, weil das haben wir alles schon tausendmal gesehen oder gehört oder gelesen, solche Geschichten. Und nein, sie sagt einfach, das liegt bei dir. Was irgendwie so ein Schwebezustand dieser Beziehung dann irgendwie ist und geil, also so ein war für mich total wie, ja wie, wie, und jetzt das liegt bei dir und ich weiß gar nicht genau, was jetzt passiert mit wem und so. Sonst hätte sie, du brauchst nie wiederkommen, ich mach jetzt Schluss, ja tschüss, ich reit schon mal weiter. Nee, das liegt bei dir und sie, ich glaube, das war das allerletzte. Das fand ich unglaublich stark. Ich bin wieder da. Christ ist wieder da, fantastisch. Ich bin kurz rausgeflogen. Ja. Und auch nochmal, auch weil ich gerade hier auch mit so viel mit so flammendem Schwert der Leidenschaft über vieles rede. Ja, natürlich kann man bei dem Spiel auch extrem viel ankreiden und ja, viele, so ein paar Wendungen und auch so in die Länge gezogene Geschichten, hätte es nicht gebraucht. Teilweise ist für mich dann auch der Spagat zwischen diesen ruhigeren und starken Momenten und dem, was das Spiel richtig gut macht, versus doch ein bisschen für mich übertrieben, eher mit ein bisschen mit Uncharted, dann liebäugeln, Bombast, Super-Action- Inszenierung, mit Massenkämpfen fast schon. Ja, so ein bisschen, wo das so ein bisschen kippt, wo ich mir denke, bei der Skars-Insel zum Beispiel zum Schluss, da hätten es auch einfach ein paar Schippen weniger sein können. Aber das führt uns sehr gut zum letzten Punkt. Das ist nämlich das Ende an sich. So, wir haben die Situation, Ellie hat sich zurückgezogen auf einen Hof, fristet da ein gemütliches Dasein mit Dina und dann kommt Tommy und, also Ellie ist auch geplagt von dem, was da alles passiert ist. Also sie hat, ich nenne es jetzt mal einfach Vietnam-Flashbacks und es lässt ihr keine Ruhe, sie ist psychisch enorm geschädigt. Und dann kommt Tommy und sagt, ey, das kann doch alles so nicht sein, wir müssen das jetzt zu Ende bringen. Ich kann es nicht mehr, bring du das mal zu Ende. Was macht Ellie? Sie zieht los und kämpft sich wieder durch Gegnerhorden, 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 bis sie wirklich bei Abby ankommt. Es findet ein großer Endkampf statt und dann lässt Ellie sie laufen. Was? Warum das denn? Genauso reagieren viele, weil sie es nämlich absolut irrational finden, wie Ellie quasi erneut loszieht, x-hundert Leute umpölt, tötet, aber dann bei Abby sich anders entscheidet. Und dazu habe ich zwei Dinge zu sagen. Die erste Sache ist an dieser Stelle, so, ich musste einmal gucken, ob meine Auflagen läuft, Entschuldigung. Die erste Sache, ist, hier wird meiner Meinung nach ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil der Body Count ist etwas, das wird sehr oft in Spielen genannt und es wird auch zurecht genannt, weil es eben logisch nicht immer Sinn macht. Aber, wenn, ich habe das Gefühl, bei The Last of Us 2 wird diese Nummer viel größer gewichtet als bei anderen Spielen. Denn, wenn wir jetzt so logisch reingehen, dann müssen wir es bei allen Spielen machen. Das heißt, wir müssten auch eine Lara Croft als psychopathische Massenmörderin darstellen, wir müssten jeden Assassin's Creed Protagonisten als psychopathischen Massenmörder darstellen, dann muss man es schon überall machen. Das ist das Erste, was ich dazu zu sagen habe. Und das Zweite ist, ich finde es tatsächlich nicht unglaubwürdig, dass sie sie am Ende laufen lässt. Und das hat mehrere Gründe. Zum Ersten hat Abby an dieser Stelle Lev dabei. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie in Abby und Lev, Joel und sich selber sieht und sich denkt, ich durchbreche die Scheiße jetzt. Ich lasse es jetzt einfach sein. Und sie hat ihre Rache quasi gekriegt. Sie hat sie zwar nicht getötet, aber sie hat sich wie an einem Boxsack abgearbeitet an Abby. Sie hat alles rausgelassen und ist, ich hatte zum Beispiel eine kleine Anekdote. Ich habe aufgehört zu rauchen und letztens wollte ich unbedingt eine Kippe rauchen. Und ich war 100% der Überzeugung, du rauchst jetzt eine Kippe. Ich bin losgegangen, habe mir Kippen gekauft, hatte die Zigarette in der Hand, habe sie so zum Mund geführt und dann, fuck it, ich mache es nicht. Ich mache es nicht. Sehr gut. So ungefähr stelle ich mir das da bei ihr vor. Sie wollte es unbedingt, natürlich, okay, das hat eine leicht andere Dimension. Das ist mir schon bewusst. Aber das ist nur so ein Beispiel dafür. Also ich glaube, diese Momente kennt doch jeder, oder? Natürlich, aber Ellie hat doch gerade im Wasser den doch, diesen einen Moment der Klarheit, wo es ist ja wirklich so ein total, es ist ja kein toller Kampf zwischen zwei guten, nein, das ist ja ein total deprimierender Kampf. Also ich meine, man muss sich doch nur mal Abby angucken, wie sie da wochenlang an diesem Pfahl hing und eigentlich total fertig ist und ausgemagert. Und es ist ja doch dieser eine Moment, in dem ja doch dann diese Figurenentwicklung stattfindet, wo es ist ja der Moment, es erzählt ja die Geschichte von einer völlig von Rache besessenen Frau, einem Mädchen, das dann doch noch zurückfindet, das den Weg rausfindet aus diesem, aus diesem, aus diesem Cycle of Violence, das heißt aber eigentlich, das heißt auf Deutsch, aus diesem Kreis der Gewalt, aus diesem Strudel der Gewalt. Und wenn das nicht stattgefunden hätte, wenn Ellie sie einfach getötet hätte und das so geendet hätte, dann wäre es halt wirklich, dann wäre es für mich, dann hätte, dann wäre die gesamte Handlung für mich umsonst gewesen, für die Katz, denn was hätte es dann am Ende erzählt? Und ich fand es halt genauso wie du, ich fand es nachvollziehbar, es war eben dieser ein Moment, in dem alles zusammenkam, dieses ganze Elend, dieser gesamte, dieses gesamte morbid Düstere und das war notwendig, um Ellie von ihrer Rachsucht zu lösen. Mhm, genau. Und dieser eine, auch dieses letzte Bild, was sie dann ja sozusagen von Joel noch mal suggeriert bekommt, mit der Gitarre da sitzend und nicht diese blutende Fresse, das zeigt dann ja auch nochmal genau diesen, irgendwie diesen Switch oder diesen Wandel, der da passiert ist. Und trotzdem, wenn es scheiße geschrieben wäre, das muss ich jetzt auch nochmal sagen, nach dieser Szene, wenn sie dann nach Hause gekommen wäre und Dina würde da stehen mit einem gebackenen Kuchen und der Junge bringt ihr Blumen, dann wäre das wieder so dieses, seht ihr, liebe Kinder, Gewalt ist keine Lösung, entscheidet euch richtig, dann wird das hier so ein klassischer, man hat ja manchmal dieses Bedürfnis nach so einer moralischen Einordnung, die einem Kunstwerk oder so auch bietet. Das ist richtig, das ist falsch. Das ist halt kein Disney-Stopp. Genau. Und die kommt aber nach, und die ist, wie ganz am Anfang Chris sagte, mit der Gitarre, nur noch trümmerhaft kann sie da spielen. Ihr Zimmer ist da, keine Ahnung, wie es da weitergehen soll. Es gibt hier einfach keine Belohnung für das Fall. Also weder für das eine, noch für das andere. Wahrscheinlich für das andere hätte es noch weniger Belohnung gegeben. Weil dann, dann, ja, dann wäre sie komplett gesnappt, sag ich jetzt mal geistig. Es ist halt, es ist hart, es ist düster, es ist traurig, es ist depressiv. Alles ist, all diese Sachen sind es. Und wenn man eben diese Figuren liebt und sich wünscht, dass diese Figuren ein Happy End kriegen, dann darf man das persönlich scheiße finden. Aber ist es schlecht geschrieben? Das finde ich eben nicht. Ich finde es bitter süß. Also ich hatte ja auch die Sorge, dass Ellie selbst ihren Tod finden wird, dass sie bestraft wird, dass sie eine Art Bestrafungsplot wird, dass sie für ihre Rachsucht bestraft wird. Wird sie ja auch in einer gewissen Weise, aber eben nicht mit dem Tod. Und ich fand genau das einen sehr schönen Mittelweg. Also ich persönlich fand es bitter süß. Auch all die Dinge, die du genannt hast, all die Adjektive, die du gerade genommen hast für das Spiel, viele betrachten das ja als eine Schwäche des Spiels, dass es zu deprimierend ist, dass es zu, zu krass ist, zu hart, zu brutal, zu provozieren. Das haben die Figuren nicht verdient. Und ich finde es so verrückt, weil genau das hat mich zu diesem Spiel gezogen. Ja, das geht mir absolut so. Es mag vielleicht so ein tief verwurzeltes Wünschen nach Happy End oder weil einfach in Videospielen halt konventionell ein bisschen harmloser erzählt wird, als es vielleicht in Filmen oder Serien so ist. Ich meine, ich erinnere mich damals dran. Game of Thrones, ich habe es erst gelesen, also gelesen weit, bevor die Serie dann so weit war. Das war das dritte Band, Bluthochzeit. Ich war sauer. Ich habe echt gesagt, ich verbrenne das Buch. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Da musste ich mich erst mal sammeln. Das erste Mal, dass mir ein Buch aus der Hand gefallen ist. und das ist doch, ich meine, ganz ehrlich, bei uns älteren Säcken, sag ich mal, ihr seid ja noch jung, aber das ist doch, wenn ein Kunstwerk sowas schafft, also solche Affekte in dir auszulösen, solche Emotionen, dann ist das doch unglaublich stark. Und selbst, wenn man sich darüber ärgert bei Last of Us, dann zeigt das ja trotzdem nur, dass sie irgendwas richtig gemacht haben. Das darf ja auch polarisieren. Aber das, was es halt nicht ist, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist beiläufig wegkonsumierbar und ist mir doch alles scheißegal. Kann man auch, so kann man es auch spielen. Aber das ist doch toll, wie einen das aufreibt. Genau, das ist es doch. Es ist doch kein Spiel, bei dem du in einem Jahr sagen wirst, ach stimmt, das habe ich ja auch durchgespielt. Nein, eben nicht. Man vergisst das nicht, man erinnert sich dran. Ich habe das ganz oft bei Spielen, dass ich mich daran erinnere, dass ich die zum Beispiel auf irgendeiner Plattform sehe und mir denke, hä, habe ich das nicht schon gespielt? Ach ja, habe ich ja vor zwei Jahren gespielt. Das wird mit The Last of Us 200%ig nicht passieren. Auf jeden Fall. Ja, vor allem, ich finde auch, es wird ja irgendwie ganz oft angemerkt, dass man nicht mit Abby mitfühlen kann. Und es ist natürlich logisch, dass es deutlich schwerer ist, eine Figur sympathisch erscheinen zu lassen, wenn man sie in dem Spiel erst einführt, als zwei Figuren, die als quasi die Blaupause des guten Character-Writings überhaupt im Videospielbereich gelten, die vorher schon ein ganzes Spiel gekriegt haben. Das ist unfassbar schwer. Und ich finde, diese Mammutaufgabe haben die ziemlich gut gelöst. Total. Und deswegen musst du ja auch ein bisschen mehr bekommen und ein bisschen früher ihren Change of Heart bekommen und so weiter und bla, bla, bla. Das ist doch genau, das ist ja auch notwendig. Also, aber trotzdem fand ich es, aber ich glaube, das ist genau das, was sie auch gut gemacht haben. Ganz am Anfang, in der allerersten Szene, wo man sie sieht, wo sie aufwacht vom Close-Up. Chris, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Da haben wir beide kurz gedacht, ist das jetzt Ellie? Weil kurz davor war Ellie zu sehen. Ist das jetzt ein Zeitsprung? Das ist Ellie, die ein bisschen verhärmter aussieht. So am Anfang, da ist sie halt für mich so klischee-mäßig angelegt gewesen, okay, ich weiß jetzt nicht, was ich mit ihr mache und ich weiß auch nicht, was sie tun wird. Das war ja noch vor Joels Tod. Aber die sieht irgendwie wie eine Schurkin aus. Die hat schon so was leicht Böses, die hat so etwas verhärmtere Gesichtszüge, enger stehende Augen und nicht so groß wie diese Teiche von Ellie manchmal, je nach Blick oder so. Und auch damit haben sie halt irgendwie gespielt, diese Kampf-Amazone dann eben so kippen zu lassen in eine andere Richtung. Und das, finde ich, war alles total nötig, weil ich hab wirklich gedacht, aus welcher Perspektive erzählen die denn bitte schön den Konflikt am Schluss, zu dem es ja kommen muss zwischen Ellie und Abby. Und wenn sie Ellie genommen hätten für diese Szene, dann wäre das ja völliger Quatsch. Ellie hatte diese Szene ja damals mit dem, das war doch mit diesem Vergewaltiger, das war ja so ein vergleichbares Setting. Und jetzt haben sie das einfach mal komplett gedreht und Ellie zu dieser Schrummsch, das war damals in dem Diner die Szene, hier war es in diesem Theater, Fundus hinten. Und hier drehen sie das einfach um. Und man will es überhaupt nicht. Trotzdem, irgendwann, natürlich wirst du vom Spiel dann auch angefordert, hey, Gameplay, du musst besiegen, das geht ja eh sowieso nicht weiter. Und die bringt dich ja auch eiskalt um und so weiter. Aber das war spannend. Ich bin so froh, dass sie das irgendwie nicht als Cutscene gemacht haben, sondern sagen, nee, das schlagen wir uns jetzt auf eine Seite, die der Spieler einfach nehmen muss, weil das beide Gen-Nummer einfach nicht. Und ja, das muss dann halt auch irgendwie Abby sein, weil sonst, glaube ich, wäre die Wirkung da auch, wenn es Ellie gewesen wäre, sehr stark verpufft. Ja, dann lass uns da mal zum Story-Technisch zum Ende kommen. Es gibt noch ein paar Punkte mehr, die da kritisiert werden, zum Beispiel, wenn Abby da schon am Pfahl hängt, warum killt Ellie sie nicht direkt? Ja, weil sie halt selbst Rache nehmen will, ist meine Meinung. Also, das sind so für mich, das klingt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen aus meinen Ohren, aus meinen Augen, aus meinen Ohren. Es klingt aus meinen Ohren, ja. Ja, es wäre halt aber auch keine Rache dann. Ja, eben, deswegen. Abschlachten, das ist ja. Ja. Genau, und also, was viele Leute sagen so nach dem Motto, es ist das The Last Jedi, der Videospiele, ja gut, wenn man, also, wenn man wirklich mit dem Mindset daran geht, ich möchte ein Spiel mit Joel und Ellie haben und alles andere akzeptiere ich nicht und lass mich da überhaupt nicht drauf ein. Ja. Gut, dann kann man zu diesem Ergebnis kommen, aber ich finde, man sollte sich drauf einlassen und dem Spiel überhaupt die Chance geben, die Geschichte zu erzählen, die es erzählen will und nicht direkt einfach abblocken und sagen, so ist es nicht. Und deswegen glaube ich, dass dieser Leak, dass das vorher rausgekommen ist, dieses Spiel verflucht hat, zumindest für die Breite. Es sagen auch ganz viele Leute zum Beispiel, dieses Spiel hätte super funktioniert, wenn das nicht Ellie und Joel, sondern irgendwelche Charaktere aus der Welt gewesen wären. Sagen ganz viele Leute. Ja, das kannst du ja immer sagen, aber ich finde, das macht ja gerade, das macht doch auch eine geile Vision aus, dass du nicht so viele Figuren verwässern lässt, indem du sie jetzt ewig lang, die hätten ja auch einfach nochmal sicher gehen können und dann irgendwie, oh, sie ziehen wieder beide los, neue Gegner, neue Herausforderungen, wieder irgendeine moralische Entscheidung, vor die die gestellt werden. Nee, da wird einfach mal gesagt, wir bringen diese Spieler nicht im Jahresrhythmus raus, nach fünf Jahren geht's weiter, die Welt hat sich weiter gedreht, genau wie unsere Welt auch und wir gehen mal in eine ganz andere Richtung. Das ist doch auch toll und das ist, finde ich, auch mutig und total sinnvoll und das funktioniert ja auch nur. Diese Fallhöhe kriegst du ja eben nur mit Figuren, die dir ans Herz gewachsen sind. Mit irgendwelchen neuen, die du dann als Stellvertreter für negatives Handeln oder so dann da schnell einführst und erwartest, wie du es gesagt hast mit Abby, bei denen empfindet man irgendwie das Gleiche. Das ist doch Quatsch, das funktioniert nicht. Dafür brauchst du halt diese Leute, denen du nichts Böses wünschst, denen du alles Gute wünschst, damit du diese Fallhöhe überhaupt erst bekommst. Und das finde ich gut. Ich verstehe das halt auch nicht, dass alle das immer nur als Schockmomente bezeichnen. Ja, ja. Sie entwickeln sich organisch und egal. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Viele Leute kritisieren, dass sich das Spiel überhaupt nicht spielmechanisch weiterentwickelt hat. Die Spielmechanik sei Dreck aus der Hölle, weil es genau dasselbe ist wie in Teil 1, weil das Ziel ungenau ist und weil ich mich ständig durch Lücken schieben muss oder eine Taste hämmern muss, um etwas zur Seite zu schieben. Das ist für mich Game Design aus der Hölle. Was sagen wir denn dazu? Quicktime-Events sind aber für mich ehrlich gesagt immer so eine Sache. Ich war nie ein Fan von Quicktime-Events, gerade wenn es eben darum geht, um hier durchzukommen, drücke auf X. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie für mich persönlich ein Spiel zerstören. Ich nehme sie halt einfach wahr und The Walking Dead ist zum Beispiel eines meiner ewigen Lieblingsspiele und ich meine, Telltale hat ihre ganze Firma auf Quicktime-Events aufgebaut. Ja, und ich finde vor allem auch, das ist, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen. Nee, alles gut, das war es auch schon. Also ich stehe da einfach neutral zu. Aber wenn man Quicktime-Events hasst für die Hölle, ja, es gibt sie halt in diesem Spiel. Vor allem, ich finde, das ist wieder ein typischer Fall von, hier wird jetzt mit zweierlei Maß gemessen, weil das Gameplay des Spiels, das ist nicht überragend, da brauchen wir nicht drum herum reden. Das ist nichts Revolutionäres, das ist nichts, was die Gaming-Welt auf Jahre verändern wird. Aber ich finde es absolut funktionabel, es erfüllt seinen Zweck. Es nutzt sich irgendwann ein bisschen ab, das haben wir auch im Review gesagt. Es wird ein bisschen repetitiv irgendwann. Aber ich finde nicht, dass man diesen Kritikpunkt so groß machen muss, wie er da jetzt von vielen gemacht wird. Also als würde es das Spiel komplett zerstören. Ach, und vor allem, da muss man auch sagen, es macht auch so vieles gut. Also die KI, die haben immer mal Aussetzer, ja, geschenkt. Aber insgesamt ist das, bietet das ein paar neue Stealth-Zutaten. Das hat sich auch verbessert. Die Gegner-König. Die verhalten sich alle vernünftig und auch das ist ja trotzdem noch in sich geschlossen. Und ach, sorry. Das habe ich gelesen im Internet. Klar, also es gibt natürlich Momente, in denen ein Gegner sich etwas dumm verhält oder irgendwie in einem falschen Gang steht und so weiter falsch geht oder dich wirklich aus nächster Nähe nicht sieht. Da habe ich mich aber auch gefragt, welche Spiele habt ihr denn bitte in den letzten Jahren gespielt? Genau das wollte ich sagen. Das meine ich mit zwei, drei Maß. Absolut, das wird verzerrt. Ich finde auch zum Beispiel, dass das gerade die Gegner, da war für mich eine der größten Genialitäten im gesamten Spiel, nämlich, dass ich plötzlich keine Normalos, also keine Gegner vom Fließband töte, sondern dass jeder so seine eigene Art hat, sich fortzubewegen, dass die miteinander sprechen, dass die einander suchen, dass manche dann auch sogar in Tränen ausbrechen, dass die alle ihre Namen haben, alle haben ihre Eigenarten. Es fühlt sich wirklich an, als würde man Individuen bekämpfen und nicht irgendwie, ich habe es in unserem Video auf Cinema Strikes Back Stormtrooper Nummer 500 genannt. So fühlt sich das eben nicht an. Ja, das ist Arsch. Sehr gut zwei Punkte kombinieren, denn viele sagen auch, dass das Spiel zu brutal sei, was ja sehr nah mit dem jede Figur hat zum Beispiel einen Namen einhergeht, weil mich das emotional so gepackt hat. Aber ich finde, das hat der Elias bei uns im Review sehr schön gesagt, nämlich erst mal ist es eine sehr individuelle Sache, wie man mit Gewalt umgeht. Und zweitens finde ich das, genau wie Elias es gesagt hat, ich finde es sehr wichtig, um mir die Welt zu verkaufen. Das gibt der Welt ihren Charakter. Das ist eine harte, abgefuckte, dreckige Welt, die ist depressiv, da gibt es nicht viel zu lachen. Und wenn Joel quasi aus einem halben Meter Entfernung mit einer Schrotflinte ins Bein geschossen wird, dann ist das nun mal fast ab. Das ist für mich nicht übermäßig provozieren und schockieren wollen, das ist für mich dann realistisch. Ja, und es passt ja auch dazu, ich meine, wie viele, also super häufig kommentiert ja zum Beispiel auch Eli ihr eigenes Tun mit irgendwie fick dich oder mit irgendwie und bei jedem Close-Up-Kill, den du machst, siehst du diesen verzerrten Gesichtsausdruck und du entscheidest, entweder hacke ich ihn mit dem Messer in den Hals oder schieße ihm das Gesicht weg. Das dient ja natürlich auch alles so in diesen in Anführungsstrichen subtileren Momenten auch, diese Rache noch zu untermauern, auch unbewusst beim Spieler, dass du halt drin bist in diesem ist mir scheißegal, ich bring die alle um, die haben es alle verdient. Die macht ja ja eigentlich quasi fast, also nie Gefangene, die kommentiert ja bis zum Ende das alles als habt ihr verdient, du Schwein, hättest du nicht machen sollen, Arschloch. Ist absolut kompromisslos und das passt ja auch zu der Figur, so zu handeln, abgesehen davon, dass es natürlich einen gewissen Sinn ergibt, Leute lieber umzubringen, als statt mit ihnen zu diskutieren in diesem Setting, sag ich jetzt mal. Also ich find, das passte total dazu, dieses, ja, zu ihr als Figur. Großer, großer Hundemensch, die ganzen Schäferhunde zu töten. Oh, ey, das haben wir so jetzt gebrochen. Ja, absolut. Ja, aber es ist aber auch eben entgegen dieser Einstellung von Spielen wie zum Beispiel, war es Fallout? Ich glaub, es war Fallout und verstehe mich nicht falsch, ich liebe Fallout, aber da kann man zum Beispiel Kinder nicht töten, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Oder das gibt's ja ganz immer wieder bei Spielen, dass du tausendmal auf ein Pferd schießen kannst und es passiert nix. Und hier hat man eben die bewusste Entscheidung getroffen, dass es eben nicht so ist. Und das sag ich nicht, weil ich irgendwie tief in mir drin das düstere Bedürfnis trage, alles zu töten oder Tiere irgendwie zu quälen. Nein, sondern es geht halt darum, diese Welt realistisch aufzubauen und Immersion zu erzeugen und das Ganze hyperrealistisch zu gestalten. Und da ist es natürlich so, dass man Schäferhunde, Wachhunde, was auch immer, auf die Gegner hetzt. Das ist hart, aber es ist halt dann, es verkauft mir diese Welt halt besser. Absolut. Und das gilt gerade auch für alle Gegner und auch für diese Gewalt. Das ist immer das, was diese Diskussion habe ich früher auch schon gerne mal geführt. Diese Notwendigkeit von Gewalt, um auch eine gewisse Bedrohung darzustellen. Das ist ja nicht nur einfach nur um des Schockierens willen, aber allein, wenn du mal von so einem Klicker gepackt wirst und du noch diesen einen Frame hast, wo die Halsszenen rausgezogen wird und dieser angsterfüllte Blick des jeweiligen Protagonisten, ja, das soll dir ja auch Angst machen. Genau das sollen die. Das soll ja nicht das Gefühl von, ah ja gut, ich bin übermächtig in dieser Situation, mir passiert nichts. Also ich habe so viele Momente gehabt, wo es nicht einfach nur an der Inszenierung lag, sondern an allem zusammen. Dieses im letzten Moment, weil die Geschwindigkeit gut ist, die Schrotfinte hochreißen, weil da gerade einer angestürmt kommt, der aus der Wand ist und es faucht die Shotgun auf und der fliegt noch weg und du denkst, alter, huiuiui, das war laut, das war optisch geil, das fühlte sich spielerisch so an, bis ich wirklich im letzten Moment noch geschafft habe. Genau wie das Ganze, so Leute zurückziehen und irgendwie abmolcheln und ins Gras und huiuiui, erst mal hören. Diese Darstellung, ja, das brauchst du halt. Ground Zero war für mich Sport. Das war so viel, wie ich geschwitzt habe da und wie einfach mein, also alles in mir verkrampft war. Ich habe am meisten geschwitzt, tatsächlich, das war so meine, 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 meine Horror liebste Stelle. Das war davor, da warst du mit Elli, kurz bevor du, da musst du dich so in einen Büroraum, so ein Komplex, wo das erste Mal diese Schleichviecher waren, die immer sich versteckten. Da musstest du dich irgendwie durch, der war so Schachbrettartig und du wusstest nirgendwo, hast du eine richtige Deckung. Es war Stopp-Duster und du musstest da irgendwie raus. Und das fand ich so gut inszenieren, dieses Hören, die stehen irgendwo, dann rennen sie wieder weg. Das wurde so behutsam, wie in einem guten Horrorfilm, du weißt, da ist eine Bedrohung und du denkst, ah, kenne ich schon, dann ist es aber eine neue Bedrohung. Und dann war das auch so, ich konnte das Muster nicht klar checken. Also man konnte nicht genau sagen, hier ist die Invisible Line, hier kommt jetzt die nächste Gruppe an, sondern die bewegen sich irgendwie dynamisch, sind wahrscheinlich auch irgendwie so programmiert, je nachdem, wo du hergehst, aber du durchschaust es nicht. Und weil die sich so unvorhersehbar in diesem total geil inszenierten Horror-Setting mit Dunkelheit und allem bewegen und auch sich so verhalten, ist das, das ist so ganz, ganz hohe Kunst, einfach so Set-Biestes zu inszenieren. Und das ist ein Beispiel von vielen. Was viele als wehrlosig oder als schwammig bezeichnen, finde ich, wie Sebastian das auch in unserem Review sagt, auch passend. So, du bist halt nicht Supersoldat, du bist Ellie und die hat manchmal fucking Probleme und dann wird es auch mal hektisch und ein bisschen fummelig und dann musst du halt mal mit der Mariette zuhauen. Ich finde, das passt alles schon. Aber gut, Ich auch. Habt ihr vielleicht innerlich zum Spiel noch was? Sonst würde ich jetzt zu dem Punkt umleiten, was quasi um das Spiel herum passiert ist, was auch sehr viel kritisiert wird. Oder wollt ihr noch irgendwas zum Spiel nochmal loswerden? In Bezug auf die Kritik aus dem Internet? Oder auch, wenn du sonst möchtest. Feel free to say whatever you want. Nicht whatever you want, aber... Ach, ne, vielleicht ist das besser als Schlussfazit. Ich würde halt lediglich nochmal ein Fazit zum Spiel abgeben. Ja, das machen wir nachher nochmal. Ja, okay. Schließe ich mich an. Okay, denn auch um das Spiel herum gab es ein paar Sachen, die sehr viele Leute sehr aufgeregt haben. zum Beispiel, dass es einen Trailer gibt, in dem Situationen geändert wurden. Das heißt, es gibt einen Trailer, im Trailer ist die Szene so, dass Ellie sich irgendwo anschleicht, man sieht eine Hand, die ihr auf die Schulter fasst, sie dreht sich um und Joel steht da, der alte Joel, und sagt, oh, you will think I'll let you do this on your own. Genau, das sagt er, on your own. Was suggeriert, dass die beiden zusammen auf die Reise gehen werden. Im Spiel ist die Szene aber so, dass Ellie sich irgendwo anschleicht, eine Hand ist auf der Schulter, sie dreht sich um und es ist Jessie da. Eine Figur, die die Leute nicht so lieben wie Joel, weil Joel zu dem Zeitpunkt schon lange tot ist und logischerweise auch nicht mit auf die Reise kommt. Ja, wie finden wir das denn? Viele Leute werfen quasi irreführende Werbung vor. Ich kenne die Diskussion aus dem Filmbereich und zwar schon seit Jahren und das ist vielleicht auch einer dieser Elemente, wo sich Spielewelt und Filmwelt einander befruchten. Das ist gerade was im großen Blockbuster-Markt angeht leider auch schon seit langer Zeit Gang und Gäbe. Da werden oft Szenen in den Trailer, ich meine, ihr wisst es ja wahrscheinlich selbst auch aus den Star-Wars-Trailern zum Beispiel, das MCU macht das, glaube ich, immer wieder. Nicht nur glaube ich, die machen das immer wieder. Dass da Szenen gezeigt werden, die es dann gar nicht in den fertigen Filmen schaffen, die du dann nur eventuell viele Monate später auf Blu-ray sehen kannst. Ja, da kann man definitiv auch mal eine negative Meinung zu haben. Ich bin da auch nicht unbedingt der größte Fan, aber auch da sage ich, im Endeffekt ist so ein Trailer auch Werbung. Es soll eben Menschen dazu bringen, das Produkt zu kaufen. Ja, auch da, ich bin da auch jetzt nicht der Fan von, aber das würde halt niemals meine Meinung über das Spiel in irgendeiner Weise verändern. Vor allem bei sowas willst du es ja nicht. Es ist ja schön, wenn es dann so einen Magic Moment gibt beim ersten Trailer zu so einem heiß geliebten Spiel, dass dann da irgendwie noch mal Captain Graubart in der letzten Szene reinkommt und du weißt, oh gut, der ist auch dabei, weil die bewusst damit spielen. Aber dann ist ja auch eigentlich Schluss, weil du willst doch eigentlich das alles gar nicht wissen. Also mir geht das immer so mit Trailern, ich hasse das eigentlich. Ja und gleichzeitig ist das ja auch aus einem anderen Kritikpunkt heraus entstanden, nämlich dass sich das Internet immer wieder darüber beschwert, dass ein Trailer die besten Momente zeigt, die dann im Film halt dann schon mal schon zum zweiten Mal gesehen sind. Ja. Ja. Ich finde es auch schwierig. Wenn ich jetzt Die Hard Joel Fan wäre, ich kann schon verstehen, dass man sich darüber ärgert dann. Also ich kann es wirklich nachvollziehen. Ich kann aber auch auf der anderen Seite wirklich Entwickler verstehen, die eben ihre super relevanten Plotpunkte schützen wollen. Das kann ich aus Herstellersicht auch verstehen. Ob das jetzt rechtfertigt, dass man den Leuten quasi Material zeigt, was etwas anderes suggeriert, ich finde es enorm schwer. Also ich habe da auch selbst noch nicht für mich eine Meinung, eine Finale gebildet, bin ich ganz ehrlich, weil es da sehr viele verschiedene Facetten gibt. Ja, geht mir genauso. Aber vielleicht ist Finale dann jetzt auch schon fast so ein bisschen das Stichwort mit Blick auf unsere Uhr. Ja, wir müssten nur noch Ich würde gerne auch noch über einen Punkt sprechen. Oh, sorry, sorry. Dann quetsche ich jetzt noch mein Netz zu trinken dazwischen. Dann haben wir es. Muss sieht man nicht. Bitte, ja. Natürlich regen sich sehr viele Leute darüber auf, dass Sony angeblich sehr, sehr willkürlich Kanäle gebannt hat, die sich einfach nur über das Spiel unterhalten haben. Hintergrund sind die eben schon mal angesprochenen Leaks. Es gibt zwei Seiten. Die Fans sagen, weil die Kanäle sich kritisch geäußert haben, wurden sie einfach von Sony gebannt aufgrund der Leaks. Andere sagen natürlich, weil diese Kanäle Leaks verbreitet haben. Und man muss da vielleicht einmal so ein bisschen Background in die Videospielindustrie geben. Es gibt, wenn man das Review-Muster erhält, gibt es ein NDA. Da steht drin, bis zu diesem und diesem Zeitpunkt sagst du bitte nicht das und das und das. Der Deal ist, du kriegst das Spiel, wenn du dich daran hältst. Und die andere Seite sagt natürlich, daran wurde sich nicht gehalten. Deswegen haben wir logischerweise diese Videos offline nehmen lassen. Das ist die andere Seite. Ich tue mich da jetzt sehr schwer, auch hierzu wieder eine Meinung zu bilden, weil ganz einfach ich nicht mehr genau nachvollziehen kann, welche Videos da wie gelöscht wurden und was da drin gesagt wurde. Ich muss mich da jetzt auf Aussagen Dritter- und Sekundarquellen berufen. Wenn Sony da wirklich willkürlich irgendwelche Videos gelöscht hat, dann ist das natürlich nicht so geil. Wenn es jetzt wirklich um die Verbreitung von Spoilern geht, dann kommen wir in dem Bereich, inwiefern dann geistiges Eigentum und Copyright zusammengehen, was nicht verbreitet werden darf. Das ist eine sehr schwierige Sache, wo man sich jetzt, finde ich, schwer eine Meinung zu bilden kann, weil es eben nicht mehr genau möglich ist, sich die Videos anzugucken. Für mich wären das wirklich Einzelfallentscheidungen und das ist jetzt halt für mich nicht mehr zu beurteilen. Also an dieser Stelle, ich kann das ja mal ganz, ich bin ja in einer ganz besonderen Position hier, weil ich das zum ersten Mal gemacht habe. Also ich habe zum ersten Mal vorab ein Rezensionsexemplar zum Spiel bekommen. Klar, in der Filmwelt passiert das bei mir seit fünf Jahren und auch da haben wir ähnliche Mechanismen. Deswegen kann ich, also erstmal danke an Game2, dass ihr das mit mir überhaupt möglich gemacht habt. Das ist ja wirklich auch nur wegen dieser Zusammenarbeit hier. Also großes Dankeschön dafür. Aber ja, es ist tatsächlich so, dass man einen Haufen von Bedingungen bekommt, dass man sagt, bis zu dem Datum, bis zu diesem Datum werde ich mich nicht über dieses Spiel äußern oder über die Inhalte nicht, über die Inhalte nicht, über die Inhalte nicht. Das ist eben Teil dieser Vereinbarung. Das ist aber was ganz anderes als das, was immer behauptet wird. Zensur oder in irgendeiner Weise die Meinung zu beeinflussen. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Zum Beispiel sagt mir überhaupt niemand, wie ich mich zu dem Spiel äußere. Sie sagen mir schon, wann ich das tue. Das ist aber eben Teil der Vereinbarung, wann das passiert. Aber was ich sage, ist halt komplett mir überlassen. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Wenn ich dann diese NDA breche und vor diesem Datum bereits was äußere, dann finde ich auch, dann breche ich in dem Moment meinen Vertrag, die Vereinbarung, und dann hat auch die Gegenseite das Recht, dagegen vorzugehen. Aber jetzt werden auch zum Beispiel, viele werden uns jetzt auch vorwerfen, dass wir uns haben von Sony kaufen lassen. Weil ich habe das Gefühl, manche Leute wollen einfach nicht irgendwie eine andere Meinung akzeptieren, sondern drücken mit Gewalt ihre Agenda, ihre persönliche Meinung durch und akzeptieren das einfach nicht. Und dann ist immer direkt alles gleich gekauft. Und das ist halt alles, das entspricht nicht der Wahrheit. Ja, das ist das Schlimme. Aber das ist, glaube ich, da kommst du halt an so Punkte, ab einem gewissen Punkt und je nachdem, was die vorwerfende Seite, wie tief die da selber drinsteckt in den Vorwürfen, sage ich jetzt mal so, da bist du, kannst du irgendwann noch sagen, entweder du glaubst es mir oder du glaubst es mir nicht. Wenn du so verbohrt und verbissen bist und mir nicht glaubst, dass, ich meine, ich mache diesen Job seit 20 Jahren, man muss manchmal in diesem Fall zum Beispiel berichterstattende Einschränkungen, vermeintliche Einschränkungen in Kauf nehmen, damit man ein Produkt frühzeitig bekommt. Tatsächlich tut man das in so einem Fall doch auch gerne. Ich meine, unser Auftrag von Game Two und hoffentlich von den meisten Reviews da draußen ist ja nicht, Leuten das Spielerlebnis kaputt zu machen. Und genau das ist halt die riesige Gefahr bei so einem Spiel. Weil du hier, du brauchst ja nur die erste halbe Stunde aufschreiben. Oder denke an die Leaks, was die hier, man muss sich da auch mal in die andere Position eben reinversetzen, was hier kaputt gemacht wurde an Vorfreude, was hier an schlechter Stimmung und sicherlich auch letztendlich mit wirtschaftlichen Konsequenzen, möglicherweise, also kaputt gemacht wird. Leute, das ist immer noch ein künstlerisches Produkt bei Filmen oder so. Da macht jeder einen Riesenaufschrei, wenn es plötzlich wieder heißt, übrigens John Snow stirbt oder so. Da haben alle einen Riesenangst davor. Jetzt werden plötzlich die Leute, die vermeintlich Sachen leaken, die dann teilweise auch gar nicht stimmen, was haben wir alles gehört? Abby sei Transgender, Ellie wird sterben. Das stimmt ja alles noch nicht mal. Die werden plötzlich quasi als Helden der Wahrheit gefeiert und alle Leute, die sich intensiver und umfangreicher mit diesem Produkt auseinandergesetzt haben, sind gekauft. Das ist schon mal so eine Schieflage, wo ich so denke, okay, du kannst dir überlegen, wem du lieber glauben möchtest. Du musst auch mir nicht glauben. Aber unser Interesse ist ja nicht, irgendjemandem was kaputt zu machen. Und bei so einem Spiel wie Last of Us 2, was so viel Kaputtmachtpotenzial hat, viel, viel mehr als fast jedes andere Spiel, weil das das Epizentrum dieses Spiels ja auch ist, Figuren, Story und eine Entwicklung und Twists und sowas. Ich will es mir doch nicht versauen lassen. Und ich muss es auch, um das beurteilen zu können, sorry, das kommt noch dazu, du musst es halt selber erleben. Und uns, um das noch einmal als letztes da auch noch mal Alper aufzugreifen, uns, wie in diesem Fall, bei manchen Spielen gibt es das gar nicht. Also es gibt viele Spiele, die ohne NDA, ohne Embargo daherkommen, ohne Beipackzettel. Je nachdem, wie wichtig das Spiel ist, gibt es manchmal diese Einschränkungen, die aber eben immer nur so spoilermäßiger Natur sind, was ich verstehen kann und nie irgendwie einem was vorschreiben. Wenn man sich an ein NDA hält, was uns ganz oft vorgeworfen wird, dann hat das nichts damit zu tun, dass wir uns mit irgendwelchen Publishern, Entwicklern oder sonst wem gutstellen wollen, damit wir auch in Zukunft weiterhin unsere Muster bekommen. Das hat nichts damit zu tun. Habe ich auch übrigens, muss ich auch noch mal sagen, habe ich in 20 Jahren auch noch nie erlebt. Es gibt sicherlich die eine oder andere unrühmliche Geschichte von irgendwo, vielleicht mal eine Wertung und sagt, ihr kriegt eine Anzeige, wenn ihr einen neuen davor schreibt oder sowas. Hat das alles mal gegeben. Aber dieses vermeintliche im großen Stil, werden hier Leute gutiert und ihre Meinung eingeschränkt, wenn sie sich auf irgendwelche Schweinedeals einlassen. Das stimmt halt alles einfach überhaupt nicht. Und das ist halt einfach Quatsch. Und nur weil wir alle, die das Spiel gespielt haben oder die allermeisten, weitgehend begeistert sind von dem Spiel, das ist ja, warum sollte diese Aussage weniger wert sein, als die Aussage von irgendwelchen Leuten, die am Freitag, am Tag des Releases, Hass-Reviews rausposten, über deren Ursprung man zumindest zweifelhafter Natur, also man weiß es nicht, was da die Agenda ist, wer es geistig Kindes ist und was der Kenntnisstand ist. Und das ist auch immer so mein Appell eigentlich an jede Diskussion, ob es jetzt darum geht oder ob man um das Coronavirus diskutiert. Man muss sich schon überlegen und das ist auch dann wiederum mein Recht, wenn es darum geht, mich nicht auf jede Diskussion einzulassen, habe ich bei unserem Video nämlich auch schon wieder angefangen. Wenn ich mit jemandem diskutiere, der augenscheinlich einen anderen Kenntnisstand besitzt, was den Gegenstand, über den diskutiert wird, angeht, der meinetwegen deutlich weiter unten ist, dann muss mir auch irgendwann das Recht zugestanden werden, zu sagen, sorry, was soll ich denn mit dir über ein Spiel sprechen, was ich 30 Stunden gespielt habe und du keine Sekunde. Das mag ja Spaß machen, aber können wir auch gerne irgendwann mal tun. Aber das ist jetzt für mich erstmal keine Diskussion auf Augenhöhe und das meine ich nicht arrogant, sondern das meine ich, was den Kenntnisstand einfach angeht. Das darf man auch einfach genauso respektieren als Geschmackssache oder als persönliche Meinungsäußerung zu sagen, sorry, Chris, ich rede mit dir nicht über Flipper, Abzugsmechaniken. Selbst wenn du dazu, wenn du ein Bild davon mal gesehen hast, das können wir gerne machen, ich erkläre dir alles, was du willst. Aber wenn ich dich ernst nehmen soll und du willst sagen, Abzugmechanik A ist besser als B, dann erwarte ich von dir, dass du dich damit genauso beschäftigst oder ich zumindest einschätzen kann, welchen Kenntnisstand du hast. Es gibt sehr viele Leute, die gesagt haben, ja, warum soll ich das Spiel überhaupt denn noch spielen? Ich kenne doch die Leaks und die Story ist doch das, worauf es bei einem Story getriebenen Spiel ankommt. Da muss ich das Spiel doch gar nicht mehr spielen. Da muss ich leider sagen, das ist für mich dann auch keine Geschmacksfrage mehr. Nee, es kommt immer darauf an, wie etwas eingeordnet ist, wie ist es inszeniert, wie ist die Musik, da gibt es so viele Faktoren, die da richtig für die Meinung sind. Es ist ein Spiel, du machst es selber. Genau. Nicht was. Es ist kein Buch, da kommen halt noch ein paar Faktoren außer der reinen Inhalt mehr dazu. Ja, und auch da kannst du, liest dir gerne die Zusammenfassung oder Goethes Faust eingedampft auf 20 Seiten. Ja, klar, dann weißt du, worum es geht, sag ich jetzt mal. Aber ob du jetzt irgendwie das, was intendiert wurde, und das ist bei diesem Spiel halt einfach so unfassbar wichtig, damit du diese Twists, diese Wechsel, damit du das verstehen kannst, musst du es selber erleben und zum selber erleben zählt aus meiner Sicht eben auch das Handeln, das virtuelle Töten, also all das, was man da macht, das ist Teil dieser, das spiegelt die ganze Zeit dich als Spieler, als Zocker und als jemand, der eine Geschichte erlebt und da einfach nur sich drauf zu, ich hab fünf Zeilen gelesen und ich hab zwei Videos gesehen und das reicht mir. Ihr tut euch leider selber keinen Gefallen damit. Das ist das Traurige. Jetzt kommen wir zu Alper, denn der hatte nämlich noch was. Sorry. Nur, dass das dann aber ganz oft auch vorgeschoben wird, dass bei Naughty Dog problematische Arbeitsbedingungen sind. Und das, finde ich, ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil problematische Arbeitsbedingungen sollte man immer kritisieren und laut angehen, wo nur möglich und übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auf der gesamten Welt. Es gibt allerdings auch noch eben diese andere Seite, die zweite Seite, nämlich, dass man zum einen ein Produkt immer auch unabhängig von demjenigen, kritisieren sollte, der es gemacht hat. Das kann ich gleich auch noch vor allem im Bereich Film noch ein bisschen weiter auswählen, weil du dürftest sonst keine Filme mehr von Roman Polanski gucken oder von Woody Allen. Du dürftest sowas wie Triumph des Willens nicht mehr besprechen, was gewisse NS-Propaganda ist. Da dürftest du über ganz vieles einfach nicht mehr sprechen und nicht mehr gut finden. Das ist halt die eine Sache. Und zur anderen Sache, soweit ich weiß, da kennt ihr euch hundertprozentig besser aus, ist das doch auch ein Grundproblem der gesamten Branche oder nicht? Ist das nicht bei jedem größeren, also Triple-A-Titel so, soweit ich weiß? Ja, es kam in letzter Zeit oft einmal hoch, nachdem Jason Schreier so ein paar Dinge ans Tageslicht gebracht hat und angeblich tut sich da auch in der Branche ein bisschen was, aber natürlich ist es schwierig, wenn man da nur von außen drauf schaut. Also wir können es da natürlich auch nur auf Hörensagen verlassen, deswegen ist es sehr schwer, sich da dann ein richtiges Urteil drüber zu bilden. Was natürlich, also um das mal ganz klar zu sagen, wenn da Leute quasi, um es mal ganz übertrieben zu sagen, in die Sklaverei gezwungen wurden, dann ist das verachtenswert. Das steht außer Frage. Es stellt sich natürlich nur erstmal die Frage, wie ist es wirklich? Vielleicht wurde hart gecruncht, aber ich kann da auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich kenne das auch selber, wenn man mit Herzblut bei einer Sache dabei ist, dann will man es auch manchmal. Und das ist ein sehr entscheidender Punkt, das können wir nicht beurteilen. Wenn Leute dazu gezwungen wurden, verachtenswert, wenn sie es wollten. Vielleicht immer noch nicht cool, weil man sie vor sich selbst schützen muss, aber dann ist es schon wieder eine andere Sache. Dazu kommt nämlich noch, ich habe mal einen Punkt vergessen, auf den ich hinaus wollte. Das kommt dazu. Also vor allem, warum pickt man sich dann The Last of Us 2 als dieses eine Spiel aus, wo es dann plötzlich so ganz, 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 ganz relevant ist. Vielleicht ist so ein Titel notwendig, dass sich was verändert, aber trotzdem. Es ist halt die alte Frage, inwiefern kann man Kunst vom Künstler trennen? Darf man sich jetzt noch Michael-Jackson-Songs anhören? Dann sind das immer noch objektiv teilweise gute Hits, obwohl der Typ sehr viel Dreck am Stecken hatte. Darf man das noch? Das ist eine Diskussion, die kann man sehr, sehr lange und sehr, sehr intensiv führen. Ob man irgendwann zu einem Punkt kommen wird, ist eine andere Frage. Ja. Meiner Meinung nach. Ja. Haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, über das Thema. Ja, ist halt super schwierig, aber ich glaube, das sind auch Sachen, die man stark mit sich selbst ausmachen muss. Und bei dem anderen Thema, auch um da nochmal das zu bestärken, auch um deine Frage zu beantworten, Alper, ja, das mag auch sein, dass das gang und gäbe ist, aber das ist eben das Problem. Du hast davon keine wirklich profunde Kenntnis. Wir sind da keine Experten. Man kann da, so transparent ist es nicht. Die Sachen, die da manchmal liegen, sind ja auch dann so durchaus ernst zu nehmen und oftmals sicherlich auch plausible Geschichten. Das kann alles sein. Aber ich tue mich da mal ganz schwer, da eine Position zu beziehen, wenn dir einfach A, der Kontext fehlt und Sachen, die auf Hörensagen basieren und dann plötzlich hochgepusht werden. Da sollte man zumindest auch immer mal einmal raustreten, bevor man schon mit der Fackel zur Tastatur greift, sag ich mal, und auch mal überlegen, okay, vielleicht fehlt mir da auch ein bisschen Kontext, vielleicht ist das ein bisschen schwer anzuschätzen. Ich hatte mal so das Beispiel hier Johnny Depp, Amber Heard, so, ne? Es ging ganz schnell, dass irgendwer, dass Amber Heard sagt, ja, der hat mich geschlagen und alle hassen Johnny Depp und dann kommt raus, oh, ist ja doch irgendwie anders, dann sind auf einmal alle wieder pro Johnny Depp. Es ist einfach immer sehr, sehr komplex und ich bin halt immer sehr vorsichtig, Leute vorzuverurteilen aufgrund einer Seite. Die Heugaben sind schnell ausgepackt. Ja, genau. Ich find's einfach immer schwierig. Ja. Absolut, aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel auf das The Last of Us 2 Reddit geht und da sich teilweise reinzieht, wie die Arbeitsbedingungen kritisiert werden, scheinbar, um aber in Wahrheit eine ganz andere hasserfüllte Botschaft loszuwerden, die teilweise sich noch im selben Satz abspielt. Ich spreche gerade ein paar ganz, ganz, wirklich ganz explizite Kommentare an, die auf Reddit teilweise ganz hoch bewertet sind, dann finde ich, ist das halt nicht mehr okay. Aber wie gesagt, das ist wirklich eine bodenlose, ellenlange Diskussion, die in eine ganz andere Sphäre führt. Genau, aber das ... Crunch ist nicht gut. Genau, und das ist, glaube ich, aber würde ich jetzt auch sagen, letzte Botschaft dazu, das ist genau das, was du gerade gesagt hast, Alper, man muss da manchmal so ein bisschen genauer hingucken und überlegen, inwieweit manchmal vermeintliche Argumente oder Scheinargumente gebracht werden, um eigentlich was ganz anderes voranzutreiben oder so. Das ist so, ich meine, ihr könnt uns, wir können 200 Mal sagen, wir sind nicht gekauft und wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen unseren Job hier, weil wir Freude dran haben und nicht, weil wir dafür irgendwie von irgendeinem Geld zugestickt bekommen würden oder weiß der Teufel, unter welchen Regeln die unlauter sind, arbeiten. Klar, das ist das Problem, da gibt es dann genügend Leute, die dann auch sagen, ja klar, wer will denn bitte schön ihm denn glauben, der hier selber über die öffentlich-rechtlichen im weitesten Sinne über Videospiele berichtet? Klar, öffentlich-rechtlich. So, kann man, das will sich das nächste Thema eben aufmachen damit, aber das ist manchmal, du hörst sehr, sehr, sehr schnell, wenn du sagst, eigentlich will ich über Pfandflaschen reden, aber eigentlich rede ich gerade über die Flacherde. Aber ich komme mit Pfandflaschen in die Diskussion rein und denkst du, okay, wo wir, na, Vorsicht. Okay, ich sage mal abschließend, wir haben schon viel geredet, ich sage mal einfach, glaubt keinen Leaks, macht euch selbst ein Bild, das ist nämlich das, was zählt. Auch wir haben jetzt teilweise sehr, sehr energisch und emotional unsere Meinung gesagt, aber ich kann es nur nochmal betonen, wenn ihr anderer Meinung seid, dann soll euch das gegönnt, nur sagt es eben ordentlich. Niemand ist ein schlechterer Mensch oder muss sich persönlich angegriffen fühlen, weil er jetzt eine andere Meinung hat. Es mag manch einen überraschen, es kann mehrere Meinungen auf der Welt geben, es gibt nicht nur eine. Nur mal so als Hinweis und mehr möchte ich dazu dann auch an dieser Stelle gar nicht mehr sagen. Ah, ist schön. Ja. Ja, ey, ohne Scheiß, es kotzt mich so, ich werde so sauer. Na, 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 haben wir nicht gerade noch gelernt, andere Leute Meinungen zu respektieren, mein Lieber? Nein, aber was habe ich gesagt? Wenn sie ordentlich vorgebracht haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich kenne das. Ich bin ja auch schnell am, schnell am, impulsiv gebaut. Sag ich mal, Alper, du bist ein ganz entspannter, aber bei Filmen macht ihr das ja auch nicht. Ach, da kleben die an eurem Lippen und sagen, was er sagt. Die Lippenbranche ist doch von Liebe geprägt. Du, wenn ich, wenn ich, du hältst mich mal nach, wenn ich Emoji-Movie zum Beispiel sehen muss, dann bin ich auch alles andere als ein Spanchen. Gut, wer möchte denn als nächstes kommen? Machen wir erst Colin und das Highlight den Gast heben wir uns zum Schluss auf. War es ja das Spiel jetzt, meinst du? Ja, genau, wenn du noch mal, wir haben ja gesagt, wir wollen alle noch mal kurz ein kurzes Fazit über die ganze Sache ziehen. Spielt es selbst. Spielt dieses Spiel, macht euch eine eigene Meinung. Ich fand's toll, es war für mich ein emotionaler Ritt. Es ist in vielerlei Hinsicht so weit vorne, technisch, was Storytelling, Charakterbuilding angeht und so. Ich bin gar nicht der größte Fan vom ersten Teil gewesen, aber der zweite hat mich echt völlig, völlig in seinen Bann gezogen. Er hat ein paar Längen, aber in jeder Hinsicht ist dieses Spiel, in jedem Detail ist es so verliebt und es wurde so viel Mühe reingesteckt und es ist eben nicht nur Blockbuster bumm bumm, es ist auch total leise. Es ist ein Spiel, gebt dem Spiel eine Chance, auf euch zu wirken und es zu spielen, weil wenn man etwas dem Spiel nicht vorwerfen kann, dann ist es irgendwie hingeschludert oder billig oder da haben sehr, sehr viele Menschen mit guten Ideen und viel Talent sehr, sehr, sehr lange dran geschraubt, um wirklich auf fast jedem Level irgendwie etwas zu perfektionieren oder vielleicht teilweise auch neu und ungewöhnlich zu machen. Superlanges Fazit, aber für mich bisher, ich glaube, das Spiel, was mich in diesem Jahr bisher am meisten begeistert hat. Dankeschön, Colin und damit zum Gast, Alper. Das Spiel hat mich betroffen gemacht, es hat mich in seine Wann gezogen, es hat mich vor den Fernseher gefesselt, ich wollte in den ruhigen Momenten, konnte ich die nächste Action-Sequenz kaum abwarten und in den Action-Sequenzen habe ich die ganze Zeit darum gebetet, dass es endlich aufhört, dass es wieder in einen ruhigen Moment übergeht und das meine ich als größtes Kompliment, weil ich einfach immer mehr von diesem Spiel wollte, ich wollte wissen, wohin diese Rachsucht die Figuren führt, ich konnte mit Ellie mitfiebern, ich konnte aber auch sehr, 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 sehr gut mit Abby mitfiebern. Also da bin ich teilweise auch, ich bin total begeistert von dieser Mammut-Aufgabe, die sich Naughty Dog, Neil Druckmann usw. dargestellt haben. Von wegen, wir lassen diese Figur, um die es geht, Joel, diese geliebte Figur, wir lassen sie nicht nur umbringen, sondern wir sorgen auch dafür oder wir versuchen, dass der Spieler auch noch versteht, warum Abby das getan hat. Und das, finde ich, ist so eine Geschichte, die wird nicht oft erzählt. Und das hat auch einen guten Grund. Es ist eine Geschichte, die nur sehr schwer möglich ist zu erzählen, weil man da emotional ganz, ganz schnell festgefahren ist als Spieler. Aber ich finde, Sony hat da, also nicht Sony, aber Naughty Dog und Neil Druckmann und Hallig Ross haben da einen ganz, ganz großartigen Job geleistet. Und ich bin auch im Großen und Ganzen sehr begeistert von dem Spiel. Ja, ich sehe auch ein, dass es seine Mark hat und dass es seine Schwächen hat, aber ich finde, die sind so, das ist so der kleine Teil, die Stärken überwiegen bei weitem. Aber spielt es selbst, genau wie Colin gesagt hat. Ja, dann würde ich sagen, haben wir noch was? Nö, kommen wir zum Ende, oder? Ja. Ja, gerne. Gut, dann würde ich sagen, weißt du, ich betreibe jetzt Meuterei und ich entreiße dir jetzt das Steuer, Colin. Mach das. Ich verabschiede mich bei allen, die zugeschaut haben. Vielen Dank. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr ja davon haltet. Aber das sagen wir euch ja gleich nochmal. Deswegen sage ich jetzt einfach nur, auf Wiedersehen. Ich würde aber auch noch gerne unser Special bewerben, wenn das so ist. Die Endcard kommt noch. Das kommt noch in der Endcard. Wir fahren jetzt einen geilen Bumpy. Es kommt ein Bumper in 3, 2, 1 und dann ist die Endcard. Drei, zwei, eins. Alper, jetzt sind wir in der Endcard. Sorry. Was haben wir denn? Sorry, jetzt ist Endcard. Deine Chance, unsere Endcard zu moderieren. Cinema Strikes Back, unser Kanal. The Last of Us 2. Ist das noch ein Spiel oder ist das schon ein Film? Superspannendes Video auch mit euch. Ich danke, dass ihr da zur Verfügung standet. Checkt das unbedingt aus. Ja, viel Spaß damit und natürlich auch Spaß mit den weiteren auf diesem Kanal. Und wenn ihr immer Spaß habt, wollt die Glocke abonnieren, kommentieren und ihr kennt das. Ich sage es einfach nur fürs Protokoll. Macht's gut. Auf Wiedersehen.